Liebe Zuschauer zu diesem Bundesligaspiel, sagen Wolf Fuss und Frank Buschmann, die auch diese Partie für Sie kommentieren werden. Heute heißt es also Hoffenheim gegen Borussia Mönchengladbach. Defensiv haben sie ihre Probleme. So wird es schwer heute auswärts. In der Defensive haben sie zurzeit große Probleme. Dabei weiß man ja, wie wichtig es ist, zuerst einmal hinten gut zu stehen. Schauen wir mal auf die Aufstellung vor der Hoffenheim. Sehr flexible Formation heute bei Ihnen. Ja, ein 5-3-2, also erstmal ein Riegel hinten und dann umschalten. Und da sind die Außenverteidiger gefragt. Das sind natürlich Experten, wenn es darum geht, den Gegner gar nicht erst ins Spiel kommen zu lassen, Buschi. Ja, das ist schon immer wieder beeindruckend, wie viel Druck sie aufbauen, wie sie den Gegner einschnüren, wie sie ihn zu Fehlern zwingen. Und das wird heute die Strategie sein. Mit Borussia Mönchengladbach steht heute ein echter Traditionsklobe auf dem Rasen, der am 1. August 2015 seinen 115. Geburtstag gefeiert hat. Alles Gute nachträglich an dieser Stelle und wir schauen mal, was die Fohlen heute zu bieten haben. Nach einigen turbulenten Jahren hat die Mannschaft sich zuletzt in der Bundesliga... HersenNA Seite Man 2. August 2021 Am 5. August 2017 Am 3. August 24